Ja wahrscheinlich auch, aber das ist perfekt. Ich glaube nicht, dass wir schon Raiden sind. So nicht weg. So schön. Ah, der Flore ist da. Ich glaube nicht, dass wir nachgeschüttet haben. So, ich habe jetzt einen Flawless da und einen da. Flawless? Wie viel macht der Flawless? Ach so, ich gucke gleich selber, ist egal. Ich weiß nicht, dass er von meinem Quicker-Machine ist. Aber meiner hat die Zähne von Quicker-Machine. So, jetzt habe ich gerade 165.900 WTS. Was habe ich? Alter! Hm? Ich habe gerade den ausgetauscht, ne? Mhm. Von Star Emerald zu Flawless da. 10% Crit Damage. Unterschied von 70 auf 80. Ja. Weißt du, was das gerade für DPS-Unterschied war? Ne. Das sind jetzt 3600 DPS-Unterschied. Nice. Fett. Ich habe jetzt 169.600. Alter, danke Scheiße. Ich wollte unbedingt mehr von den hier. Ich brauche jetzt noch 4 Star. Dann fände ich mir die... Ich habe noch ein paar Flawless. Hast du? Naja. Ich habe... Ich habe... Ich habe das noch... Ja, ich gebe die mal. Gibt einfach mal alles, was ich jetzt da habe. Scheiße drauf. Perfekt. Ja, cool. Ja, ich verarbeite sie mal. Ich guck mal was verarbeiten. Oh, ey. Wenn das so einen Unterschied macht, ist das nicht? Ja, aber ist auch klar. Ich habe ja Bequetscher von 740. Unzig. Ja, ich lasse an meinen Arbeizisten auch da. Also ich finde, da ist so ein Minimum, was man drin haben würde. Und dann bin ich ja bis alle durchfunden. Und dann bin ich ja bis alle durchfunden. Dass du dir erstmal... Ich halte Arbeizisten. Und dann können wir uns ja wohl gehen. Diamantin will ich noch mal verschneiden. Ich habe echt schon... Fünf... Äh... Flawless... Nee, fünf Ratings der Arbeizisten. Ach. Diamantin. Aber ich habe auch fünf Doppel. Die können stechen. Die sind natürlich gar noch keine Stars machen. Ich weiß sonst nicht. Alten plötzlich... Äh... ...wachen wir uns drauf gescheiden. Ja, das ist. Ich kann einfach immer die Ammonates geben, weil dann habe ich genau wieder in meiner Natur einen Bereich freis. So eine Linie. So eine Linie. Und dann kann ich dann die Diamanten reinpacken. Weil die haben bei mir jetzt nicht rein gepasst. Da wusste ich immer nicht, wo ich da hin soll. Ich habe die von unten nach oben, aber ich weiß nicht. Mach ich ja auch, aber bei mir war halt... Ich hab halt eine Reihe Meil braucht. Aber rechts hat ich ja immer die Items so als Backup. Das sind immer Backup-Items sozusagen. So, mal gucken, ich kann jetzt 13 Radiant herstellen, also Radiant-Square-Amsist, natürlich. Ja, okay, also die nächste was für mich, das heißt, also die Blauen ist da. Dann müssen wir nicht so weit wie ich, sondern die Lang-Tardinger fehlen, in denen Pro-Check-Square-Amsist. Ich weiß nicht, wie viel Live-Stack habe, ey. Jetzt kann ich mehr 5 Star machen, ja, stimmt. Krass. Was sind das 100.000? Oh, ist das übel. Ich weiß nicht, das geht eigentlich schon. So, ich muss mal kurz helfen. 171.000 habe ich. Also Live. 177.000 habe ich. Ja. 71.000. So Right took the line, unflawn ist da Sloth ist da, und blitzflap ist da. Die höchste Stufe, glaube ich, war noch nicht. Limitflap ist da und der Stust zu hau. shesai Hast du schon ein Mark Seas? Jetzt bloß ein kleiner Push. Nee, Mark Seas noch gar nicht. Das wäre echt heftig. Alter, die haben die ge yearly Kosten extrem verfehler. Der Mark Seas kostet nur 100.000 pro Zahl. Ich glaube in die Millionen, da muss extrem teuer gewesen sein. Ich glaube 10 Millionen hat er gekostet. Hallo! Hallo! Hey! Hallo! Was geht? Was geht? Alter, guck! Wo war denn den Philips nicht da? Klingst du anders? Ja... Er ist gerade auf dem Bahnhof. Er ist nicht eben getroffen? Weiße Items. Geheult, Schicks! Geheult, Schicks! Geheult, Schicks! Droppen, Geheult, Schicks! Jenny Star, weißt du, wie du ihn getroffen hast? Ich komm gleich rein. Schau's mir an. Wir wollten deinem Namen außerdem mehr Porno geben, deswegen nehmen wir dich Jenny Star. Genau, Jenny Star. Das ist dein Künstlername. Ja genau. Uhhhh, Winter Hände. Ja.. Vorne also ein paar Videos zusammen. Ich wollte bare Intens bitte den... ähh... Porno-Klehrer gehen. Magic Star. Ja... C identify... Wo wir uns jetzt schon zusammen Porno halten könnten. Weil Platini getroffen Mei... ... war gut финligische Kurvenschwerte. Was spielt sie grad? Wizard. Äh, die haben wir rein. Achtung. Ich kann gerne mitmachen. Ja, ich muss nur kurz Musik rein tun. Ich hab eben schon gesagt, ey, das Alter hat mich endlich so langer gegeben. Aber du darfst nicht sagen. Kann nicht immer da sein. Nee, das ist echt doof. Ich hätte sie gegeben. Ja. Ich hätte sie gedacht. Ich glaube ich hoffe jetzt noch einen Stein aus dem Arma, damit wir die nicht so schlecht machen können. Wer, wer schreibt mir da was? Ich sag, wenn ich starten kann. Wenn ihr auf meinem Portal gleich noch steht. Alter. Alter. Bist du denn fertig schon? Was ist das? Halt ihr kosten? Komm mal raus. Ich bin fertig. Hier, guck ihr, ähm. Geben wir dort. Hättest du den 3er feststellen. Ohhhh. Hättest du den 3er feststellen. Guck mal raus. Bist du den 3er feststellen. Reefrost. Ja, leider. Also die, ähm, warten wir nicht dann. Die Sets sind richtig 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 richtig. Ähm. Aber dennoch hat es meine DKS enorm gekostet Aber das Auge blinzelt sogar Ich starte Ich starte Nein, ich starte Spät, ich hab schon aufgetlegt Ich hab wirklich schon aufgetlegt Ich hab wirklich schon aufgetlegt Schöner Nutzer, ey Ich hab eben gesagt, dass ich nicht starte Acht doch Bp steht Bp steht Boah Das ist weit, kann man brennen Ich bin zu müde Ich bin zu müde Ich bin zu müde Müde und klar